Guten Tag Leute! Damit wir wieder seriös wirken. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Du hast gar nicht bespeichert, ne? Ne, machen wir nach dem Level. Das ist leicht. Ah, meinst du? Oh, scheiße, ich sehe gar nicht das, was ich gedacht hab. Da hab ich nicht abgerutscht, weil... zu viel Elan... Zu viel Bedenken, ey. Zu viel Bedenken in das Level gebracht. Ey. Ey. Ferdig. Da bin ich schon. Ey, da drüben. Da ist nix. Schau mich nicht. Ja, komm. Hey, guck mal da oben. Da war was, das hab ich auch gesehen. Da war doch was. Ja, da war auch was. Ich kann mal nicht rein. Ey, du ruckelst bei mir rum. Bist du runtergefallen? Ja, aber ich bin wieder hier. Okay, gut. Zu viel bewegende Sprites. Das macht mein Spiel kaputt. Oh, das sind ja keine Sprites, das sind das Render, äh... Gerenderte Bilder, oder? Kann man das so nennen? Gesenderte Bilder. Ja, kann man so nennen, würde ich mal sagen. Wenn du willst, kannst du das rüberfliegen, aber... Ne, lass mal. Wir wollen uns hier nicht zu große Umstände machen. Okay. Was mir gerade auffällt... Was? Der Kili hat fast die gleiche Größe wie Andreas. Stimmt. Mit dem spitzen, zulaufenden Haar nach oben. Auf jeden Fall. Ey, das... Ey, das stellt mir gerade auf. Das ist Andreas. Aber so ein... was von, ey. Oh ja. Boah, guck mal, was ist das denn? Das ist gnädig. Das ist echt gnädig. Das hätt ich aber nicht erwartet. Ey, wieso soll ich dieses Fass nehmen, wenn ich auch so hochkomme? Echt? Da links ist bestimmt was. Ach, komm. Komm weiter. Hi-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Ist geil, ey. Oh Mann, das ist... das ist... das wird jetzt wird... Das ist eine tricky Stelle. Tricky-Hem. Jawoll! Jawoll. Da musst du mich ganz schnell Boko packen nehmen. Ne, ne, ich muss einfach falsch reden. Hey, dein Level. Wie 90% der Level in diesem Spiel Ja, das ist dein Donkey Kong, kann man so sagen Ja, ich sag doch, das ist wirklich Das ist dein Donkey Kong Ja Das ist mein Donkey Kong Oh, Pessie Doch, ey, sein verfickter Freund, ey Ich muss ihn schützen Oh, geil Er stirbt jetzt Hey, wie? Wie, wie? Ist das eine Biene? Das ist bestimmt eine Biene Ja, die machen das, ey, die lumpen dich wieder Oder da hast du einen Hund mit Bienen im Mund Oh, da Ja, geil Hey, schmeiß mich hoch, da war nichts Okay Ah, geil Wow, leck Ja, da hatte ich auch einen Ey, diesmal schmeiß ich den hoch, ey Ja, mach mal Oh, 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 oh Falls ich mich anders anhöre, das fällt mir gerade auf Ich habe jetzt ein anderes, ich muss mich leider auf ein anderes Headset Beschränken Da ist er tot, ey, hat er ihn verloren, sein Kumpel Scheiße, ey Also, falls irgendein Rauschen oder sonst was drin ist, dann kann ich nichts dafür Alter, hast du das gesehen? Mhm War schon geil Fand ich jetzt geil Und Oh, 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 die sind aber arg so Hey, nur einen erwischt Da war nichts Ey, das lag durch das ganze Wasser Warte mal Warte, die Kähnmünze Egal Ja, ist auch egal Jetzt speichern wir ab Das war souverän, ey, souverän Ja Moderater Schwierigkeitsgrad Ja Moderat Moderat, ja Speichern Ciao Ciao, sie schläft Oh Das fehlen noch so viele Items Ja Aber das sind ja alles Machen wir alles später Können wir eh nicht benutzen Ja Bis zuerst aufleveln Richtig Zaubertränke upgraden Dann als Magier Erstmal, eh genau Dann als Magier dadurch Ja Das ist richtig einfach Ah, die Gatorantat Wenn du einfach saßt, habe ich immer so eine Ach, mit dem Ja, und dann wird auf dich geschossen Aber das ist wirklich kein Ding, ey Hör auf, ey, hör auf Du weißt, dass ich das nicht kann Ah, hier, ah Ey, ruckel Ey, ich hab Lags Übel Ja, ich merk's Es lag gerade echt übel drum Böll What the fuck Aber ich skype nicht Nee, skype nicht Das ist schon wieder das Spiel Ich weiß nicht, was der gegen Donkey Kong Spiele hat, ey Die sind einfach grafisch zu aufwendig Packt der Laptop nicht Packt der Laptop nicht Nein, da bist du sicher Doom War wohl nix, hä Oh, oh Ja, ja Er ist ja easy Sag doch, das ist voll Wirklich Nur weil da so über ein schießwütiger Alligator ist Da wollte ich echt mal ein bisschen Tricky sein, ey Ja, ja Ja, jetzt geht's wieder ab, ey Keine Lags mehr Schön hier Schön hier bei dem Bottich Säure Ja, was willst du tun? Was ist leer? Was willst du tun? Willst du tun? Gangster am Mikrofon Ich bin da echt ein Gangster Ich geh bei Rot über die Augen drücken Ah, geil Der Kleine, ey Ich frag mich, wie er heute so drauf ist Ich denk mal, er ist Gangster Richtig, oder? Wow, erlaubt er mich nur noch Da ist bestimmt was oben drin Hä, voll das Schnarchlevel Also, das sind so die Momente, wo man sich entspannen kann Ups Oh Das war Fail Oh Das lag Ja, das ist gerade echt übel Okay Das war nix, das war nix Da muss ich selber mal zustimmen, dass Ohohoho, ey Durch die Trotz-Lags, ey Ach, komm Weißt du, der lag, der Weil es zu leicht ist, deswegen haben die uns den lag Ja, sichtig, sichtig Das wird sein Anders kann ich mir das auch überhaupt nicht erklären Also, die Musik spackt nicht ab, ey Weil bei Donkey Kong 2 war das ja so schlimm am Ende, ey Wo am Ende die Musik einfach nur noch durchgedreht ist Aber sichtig Du, 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 du Joa, das ist schon sehr spannend hier Immer als Spinner hier so Ach, wir haben ja auch noch n Donkey Kong dann noch mehr Und da ist auch noch n Fass Das ist ein bisschen hart, ey Haben die so gedacht, das ist ihr härtestes Level, oder was Ey, da müssen wir doch n Fass machen Das ist so krass, das Level, ey Echt, ey Entwickler 300 Mal gestorben, ey Boah, mega leck Kein Zimmer Der mag das Level nicht Das ist, glaube ich, auch das einzige Mal, dass sowas kommt, oder? Mhm Vorbei Ö, scheinbar ein Kreuz mehr Vorbei mit den Geballerer Ey, was bist du denn? Der gibt beschließen, hat sie ihn, warte mal Ach, ne, komm Ich nimm das bis auf die Sicht, die Art und Weise Oh, du kannst ja auch das fast nicht stellen Ist geil, ist geil Oh, das war leicht, das war so Ja, sag ich doch Dann machen wir doch gleich noch n Level, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben, wir haben Nur nicht mal 10 Minuten Ja, guck, dann machen wir noch n, machen wir noch eins, wenn das so schluss Oh, das letzte, das letzte Schnee, das ist auch einfach Da oben ist ein Bonus Ja, ja, hab ich nicht gesehen Ja, 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 ja da gab es auch immer Lämmguine wenn er einmal auf einen drauf bist, haben die keine Chance mehr außer der fette Kiddy, Alter! Boom! da kommt ja nach der Boss schon? WTF? aber der spackt mal so richtig an, da gibt es voll die Grafikfehler ja, der ist dein Boss wieder mhm, mhm, doch ey, guck mal, wie einfach mit Dixie Lämmguine ja, haben wir schon wieder eine Welt geschafft so schnell geht das wir sind einfach gut, ey ja, das ist da ist Donkey Kong schlechthin das schwerste von allen ja, ne, zwei ey, das ist alles am schwersten dann kommt dann kommt Mario und Donkey Kong Mario, ja Mario vs. Donkey Kong oh, scheiße ey, was ist das denn? ey, die wollen, dass wir das schnell durchkriegen damit eine neue Ära anbricht also, die die Donkey Kong Trilogie ist dann zu Ende dann wird das die Welt verändern bam, ey oh my lame ey, Leben ist das gleich schon vorbei? ja, schon, geh ich glaube, gleich kommt nochmal so ein richtig fetter Haufen so ein Rudel ey, du musst schnell spüren ja, ist mir schon ja da wollte ich nicht rein, aber was soll's ist ja leid jetzt haben wir 31 Sterne die heißt gut aus die sieht richtig gut aus ey, wie ich den noch gegeben hab und den auch, ey ey, mehr Glück mehr Glück mehr Glück als mehr Stand oh, was das denn? ey, was ist das denn? ey, was ist das denn? ey, oh Gott ey, bei Donkey Kong 2, ey, wär das nie der oh fuck ich muss schnell da hoch zaxeln dann ist vorbei ich glaub egal, deine Welt ey, ich seh nur blaue Fahnen ich auch, ich seh überall nur blaue Fahnen ey, ich will da hoch wieso kann ich nicht da hoch geh mal da hoch du bist ja geh mal da hoch geh mal nach links gehst du nach links? gehst du nach links? oh ne, liegt das schon wieder ja, ich kann mir das nicht merken mehr die Zeit ist vorbei ja, weiter geht's ja auch links oh man, ey BÄM, Baby hier hört, hört die die Ahnung wer hat die die Ahnung ist wer hat die geh mal zum Bären den sprichst du das ist wohl die Bär wo die Bär, hallo? hallo, was in aller Welt wird dich in dieser entlegene Gegend nun denn mein Name ist Blizzard ich bin seit Wochen hier um mich auf die Besteigung des Kartoffels ich trug das nicht weg als ob ich bloß gemütter gepasst werde, mein bester Kumpel äh everything item sag mal für dich jederzeit oh ey, für Blue wer ist Blue? ja, hier in der Wasserwelt ah der eine, der doch Geburtstag hat oh ey, ich speicher mal ja, speichern man weiß ja nicht, wie der Boss rein hat ey, so richtig bestimmt weißt du das Spiel, man kann sogar aus dem Verhältnis rausgehen ey, wenn man keinen Bock hat ey, bei Donkey Kong 1 zu 2 wäre das nicht mehr denkbar gewesen oh, wir gehen Penn naja, wir können ja trotzdem das Spiel speichern naja ey, seit 2 Stunden erst und wir haben ey, so lachhaft zum Schnarchen zum Schnarchen leicht ich glaub, da mach ich Schnitt, oder? ja ja, ist eigentlich passend ah, ne, noch nicht richtig eigentlich sollen wir den noch machen? ja, komm ja, komm ja, komm was ist das denn? wie funktioniert der? naja schön, dass ich sofort da reingeworfen werde ey, wie wirft man? ja, das weiß ich ja nicht so mit A ah ey, hier alter hier hab ich gesagt was ist mit dem Polarlicht da oben? das ist wichtiges Polarlicht, Junge hey ist das der ganze Boss, oder was? ja, sicher warum sterb ich sofort? weil ich keine... Anleitung kriege, wie ich... dem steuern muss oh Junge ey, jetzt mach mich nicht müde uuuuuhh uuuuuhh die aussieht ey, wie eine Typ, ey, von Tabaluga da gab's auch so'n Schneemann Stimm, der übel. Peter Maffei. Peter Maffei, nix gegen den. Wow! Er war unvorbereitet halt. Konnte aber nix machen. Schneeball mit der Hand abwehrt, ja, er muss ja erst mal... Ich hab ihn einmal erwischt. Ich hab mehr geleistet als den vormalen. Ich bin halt noch nicht da drin. Ich weiß, das stimmt. Das Spiel ist bald vorbei und ich bin immer noch nicht drin. Na egal, gar nix machen. Das ist einfach so was für dich, weißt du, so schießbudenmäßig. Ich bin voller Kirmesfeier. Ich spiele dann der Werftbude, der Dosen abwerfen, so beee. Ich sag, ich heiße Kirmes. Viel zu teuer. Deswegen, ich weiß nicht, wie man nach dem Geld ausgehen kann. Du kannst auch in den Freizeitpark gehen. Uuhh, 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 uuhh. Oh, ey, wie ich ihn hasse. Alter! Das war jetzt so'n bisschen unvorbereitet. Ey, ich schreit da, Sniper! Ah! Jetzt macht er gleich wieder... Ey, der wird richtig aggro jetzt. Alter! 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 das schafft man nicht unmöglich der Post es ist aber schön wenn man zwei Konzerne ich kann nicht so viel ich bin nicht so gut wohl ich hab den ersten zu bezüglich der Stelle schon er vielleicht ist bei mir gerade ist auf dem Weg immer er wird hinten treffen wird muss kurz nach oben schlagen du siehst den Punkt da links zeigt die beiden wirft okay 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 ich bin der Welt habe ich da oben gehabt schon warum lacht der das war ein Kuhl ist das ist so zu den anderen ich habe ein paar ja aber nicht so ein der 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 will verarschen der Bastard woher kommen keine Kaninchen raus er kommen Schneewelle aus dem Land Schmied in den Kopf schmied er ist aufzunehmen ja mein doch mach das will ich sehen Junge das will ich sehen doch wie oft du ihn abwürfst eigentlich weil ich ihn hasse du bist ja grinsch ey hast Weihnachten ja genutzt Junge jetzt bin ich in Fahrt ja ist so easy sicher wie der ist wenn wir sterben ich sag doch es wäre immer schön wenn man zwei Kungs hätte ja deswegen schaffen wir jetzt auch locker jetzt musst du achten gleich musst du in der Mitte stehen bleiben jetzt und jetzt gehst du ganz nach rechts jetzt gehst du wieder in der Mitte und wieder ganz nach rechts wie er es wusste also wie ich in der Mitte ja ich war jetzt vorbei ey alter er hat mich genutzt er hat mich genutzt er hat mich richtig genutzt er hat mich richtig genutzt er hat mich richtig genutzt er ist es gibt Sache fache normal nee aber jetzt ernsthaft das war nicht nett also Fettlärscht natürlich mal der ich werde in dieser Aufnahme zeigen ich habe ihn gezogen dann soll ich den Patch raus ich hab Patch für das Spiel das Spiel ich verlange ich habe ich habe gelitten weißt du in Amerika wird das echt einer machen sie sind auch ja genau ey alles verklagen was mich nicht und nagelfest ist ey ja sein Vorbild und William Shatner und William Shatner ja klar Boston Danny Gray Boston Legal ja ey beste Sendung jeder muss sie gucken ich habe es ja noch nicht gesehen ja das rechne ich dir auch nicht hoch an ja ich gucke die noch mach das ey ey dann wechselt der einfach wie kann der so schnell seine Teleportation oder ja der Teleportation das ist ja das und Klarheit und Klarheit ja da hat er mich da hat er mich in die Ecke gedrängt der Hund jetzt kriege ich ihn wie du ihn nicht triffst weiter und jetzt kommt diese Phase wo jetzt außen Mitte Mitte bleiben oder ne so genau da muss wieder nach außen und dann wieder nach innen ey wie oft will er denn noch er schießt er hat das was ist er hätte ein Gehirn der Schneemann wird einfach die ganze Zeit schießen und auch wenn die Schnee er hat mich einfach genaht sehr tun leid macht nichts Gorko er sitzt in der Sinderwahn Killerwahn wollte ich sagen verpackt der Boss so wie so gut die Tatsache der Verordnungsstelle das 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 die Städte an es wird das ein Gefängnis die ich bin du 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 wie lange du noch gewartet hast also erlachen ist Alter! 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 Das ist... Ist das jetzt schon die Phase? Ja. Ist noch einmal treffen, ey. Dann ist das fähig. Jetzt... Mitte... Da... Er ist fertig. Boah, er lacht sich zu Tode, ey. Boom! Okay, ich klicke erstmal für Lavina ab. Schnee, wow! Wir haben gar nichts von dem bekommen. Ah... Gipfelklatter, wir müssen pausen. Ja, wenn wir hier drin sind. Gut, dann machen wir jetzt Pause. Tschüss!